Dieser Spruch, Bielefeld gibt's nicht, den höre ich nie. Was ist das für ein Spruch? Den kenne ich gar nicht. Der SC Paderborn ist die Nummer 1 in Westfalen. Ich mag unser Stadion, die Bielefelder Schuko Arena. Wenn ich da bin, esse ich mal eine Bratwurst nach der anderen. Super günstig. So wie unsere Osttribüne. So günstig. Ja, oder unser Gästeblock. Oh, der ist schön. Richtig schön. Arminia, viele Geld. Alle sprechen nur von diesem Wald. Ewald, oder? Nee, dem Teutoburger Wald. Was mit dem? Keine Ahnung, den erobert jeder oder so. Ja, stimmt. Ansgar Brinkmann, der weiße Argentinier. Ja, das war auch ein guter Autofahrer. Rüdiger Kauf? Lusche. Aber Goran Schurko, der hatte Arminia DNA. Du meinst DSC. DNA? Nee, DSC. Nein, DNA. Aber unser Trainer, Chef Le Boss. Hä? Wieso König Arthur? Ich interessiere mich nicht fürs englische Mittelalter. Wir sind ja das Liverpool von Niedersachsen. Du Depp. Bielefeld liegt doch nicht in Niedersachsen. Das liegt im Ruhrpott. Bei uns ist überhaupt keine Leidensfähigkeit da. Mich stören diese Erfolgsfans. Roland Kench. Der kann super mit Geld umgehen. Nee, also ich bin Fan von der Auswärtstorregelung. Ich denke immer total gerne ans Relegationsspiel gegen Darmstadt zurück. Du riskierst hier eine ganz schön dicke Ostwestfalenlippe. Ja, wir lieben Preußel, Münster und den Ruhrpott ist doch da. Hallo, Jan. Drogen. Zogen. Den Dialog. Vielen Dank.